Herzlich willkommen, klein und gross, jung und vielleicht schon ein bisschen älter, so der heutige, beste Halbstunde vom Tag, da bei uns, in Flickflack-Geschichtenwoche in Niederbib. Es wird uns sehr leid, dass es gestern eine Panne gegeben hat. Aber dafür sind wir heute wieder da und wir freuen uns, dass auch ihr mit dabei seid. Da wir euch ja nicht sehen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr an die eingeblendete Nummer ein Foto oder ein Film von euch schickt. Dann sehen wir nämlich auch, wie die Flickflack-Geschichtenwoche bei euch aussieht. Oh, Kinder, hören die das auch? Ich höre Musik. Ich glaube, Christoph ist bereit zum Singen. Es ist Sass-Essi-So, super bist du dabei? Ja, genau. Ihr seid bereit. Seid ihr auch bereit? Es ist Sass-Essi-So, super bist du da? Dra, re, re, ro, drum wir ritzen an. Oh, warte jetzt mal. Stopp, stopp. Das ist das falsche Lied im Fall. Ich habe eigentlich gar nicht das wollen. Ich habe ein anderes Parade. Das Assisi ist so super, das haben wir schon gestern und vorgestern gesungen. Das ist eben das Gleiche, oder? Jetzt würde ich mal sagen... Was ist das? Machen wir das? Kennt ihr das schon? Spielen, oder? Ja genau! Plätsch voll mit Farben, Plätsch voll mit Lachen Und Plätsch voll mit Freude Und mit tausend coolen Sachen Plätsch voll mit Stimmen Plätsch voll mit Singen Und Plätsch voll mit Leuten Und Plätsch voll mit Leuten Die das Liedlautla klingen Und der Grund, warum das so ist Ist, warum du gerade bei uns bist Ganz genau so ist das nämlich Und wisst ihr was? Plätsch voll, da könnt ihr noch jedes Mal Wenn wir Plätsch voll singen, so in die Hände klatschen Ganz lauten so Ungefähr so Plätsch voll mit Farben Plätsch voll mit Farben Das ist noch viel zu wenig Leute Ihr müsst halt viel zu wenig lauten Ihr müsst die Hände so richtig Genau! Plätsch voll, das kläuft wie verrückt Also, immer beim Plätsch voll klatschen Ich kann natürlich nicht, weil ich mit den Richtern spiele Also, von vorne Plätsch voll mit Farben Plätsch voll mit Lachen Und Plätsch voll mit Freude Und mit Tausik ohne Sachen Plätsch voll mit Stimmen Plätsch voll mit Singen Und Plätsch voll mit Leuten Plätsch voll mit Lachen Plätsch voll mit Lachen Plätsch voll mit Lachen Und Plätsch voll mit Freude Und mit Tausik coolen Sachen Plätsch voll mit Stimmen Plätsch voll mit Singen Und Plätsch voll mit Leuten Oh, wo das Lied lauht L cohort klingen Oh, der Grund, warum das so ist Ist weil du Gott und weil du und du Und du und du Weil ihr auch wieder dabei seid Also, in dem Sinne schon Herzlich Willkommen Und Super, dass ihr wieder da seid Ich habe mich den ganzen Tag gefreut Auf die beste Halbstunde Jetzt werden wir mal schauen Ob sie wirklich gut wird Zur Besten wird Der Koffer ist ziemlich voll Das hier kennt ihr auch schon, das ist nämlich mein Kassou und dann für das zweite Bier, das ich für heute bereit habe, habe ich noch ein anderes Kassou. Ich nehme das mal hier vorne, das ist hier mein cooler Katzensäckchen, da hat es dann noch anderes Zeug drin. Also schau, hier ist ein normales Kassou drin und das brauche ich jetzt gleich. So wie der Bier, das kennen wir jetzt auch schon, weil man durchs, es sind wieder ganz viele Kinder hier. Genau, überall, das Kind hier auf dem Sofa, sie ist dort auf dem Schammel. Die sitzen gerade am Boden und die stehen, die warten schon auf das nächste Riff, wo man rumtanzen kann. Also, ich sitze jetzt auf das Klavier und so viele Kinder dabei sein. Da kommt das Lied. Die Kinder sind super. Und zuerst eine Frage. Wer ist es, der gewinnt bei Memorie? Wer steckt seine Gewundernase rein? Wer sagt, wir sind nicht müde? Für zwei Minuten später die Fuse. Es ist Sternen, Mond und Sonnen, klar. Es ist Sternen, Mond und Sonnen, klar. Es sind Kinder. Das ist der Kindzei Super-Song. Das ist das Kindzei Genial-Lied. Kindzei eventuell und vielleicht alle noch grad nicht so gross. Aber hey, kennen Sie? Famos! Wer rennt die Socken durch den Schnee? Du, machst das? Gebt ein paar kalte Füsse. Wer sagt, Mama, ich muss noch mehr! Genau, wenn das Essen so fein ist, wenn das Lied genug ist. Und wer kommt, kann das Rennen? Wenn von irgendeinem her ein bisschen Musik klingt. Sie Sternen, Mond und Sonnen, klar. Das sind Kinder. Das ist der Kindzei Super-Song. Das ist das Kindzei Genial-Lied. Kinder sind eventuell und vielleicht auch noch nicht so gross, aber hey, Kinder sind famos. Das ist der Kinder-Super-Song, das ist das Kinder-Genial-Lied. Kinder sind eventuell und vielleicht auch noch nicht so gross, aber hey, Kinder sind... Wie sind sie? Und wie sind sie? Sie, sie, sie... Super, hey, das ist ein cooles Kassel. Wisst ihr, was das habe ich im Fall selber gemacht? Wettet ihr auch so ein Instrument basteln? Jetzt sage ich nochmal schnell, wie das geht. Das ist gar nicht so kompliziert. Das ist jetzt einfach das Zeug hier im Sack. Und dann tun wir hier mal... Das ist das Kassel, das dann nachher so aussieht, wie es fertig ist. Euer Peppel oder ihr wisst doch auch nicht, irgendeine Götti oder so, die haben doch sicher... Ist doch jemand Elektriker von euch? Bist du Elektriker? Genau, du bist doch sicher im Keller. Das hat man vielleicht auch immer nicht Elektriker. Das ist so ein Röhrchen, das kann man so Kackle reinziehen. Dann brauchst du ein Rohr. So. Und dann brauchst du... Ja, vielleicht brauchst du ja, klar, du musst eine Sage, dass das auf diese Länge kannst wegschneiden, wie eben das hier. Oder? Ist eigentlich klar. Ist ja nicht so kompliziert. Du brauchst auch Adrian sein Geschichtentisch, aber das ist schon gut. Und dann braucht man die Sage noch einmal. Weil es abeinander gesaget ist, dann nutzt man hier die zwei Schnitzen. So einsagen und so. Genau. Und dann weiss ich im Fall nicht mehr genau, wie ich es weiter gemacht habe. Aber dann hat er dir sicher genug Fantasie. Dass du da, weisst du, hier... Da wäre es jetzt schon durchgesaget. Und hier muss jetzt so ein Loch entstehen. Und da kann man natürlich entweder... Weißt du, mit dem Messer, aber da müsst ihr schon sehr aufpassen. Oder vielleicht auch mit einer... so mit einer... Raffeln, so irgendwie... Und das braucht dann einfach auch ein bisschen Geduld. Aber du siehst schon, das... Das kommt schon, wenn man da weiter... Das tut jetzt nicht so lange, sonst wird es eine Länge. Das müsst ihr selber machen. Eben... Raffeln, viele solche Dinge, das kann man brauchen. Und dann... Noe, das ist etwas von ganz wichtigem. Ein Kräschl-Säckli. Weil hier... Hier hat sie so kleine Kräschl-Dings, oder? Das muss man mit der Schere nachher reinschneiden. Also eine Schere braucht ihr auch noch. Und dann tut man das quasi so drum herum. Und das, was hier so rot und hier so blau ist, das ist Klebband. Also wir müssen nicht rot oder blau sein. Das kann auch einfach so irgendetwas sein. Oder ein Klebstreifen. Das könnt ihr ein wenig ausprobieren. Und dann... Ja, schon ein wenig arbeiten, oder? Basteln und machen. Und dann gibt das... Das letzte... Und dann müsst ihr im Fall nicht reinblasen. Nicht so... Sonst hört es nichts. So... Dann müsst ihr so... Drei... Hornen vielleicht am besten. Super interessant. Und... Wenn ihr das Plastik-Ding da hiesst, so hin- und herbewerbt. Cool! Kassu! Selber gemacht! Vielleicht morgen habt ihr eine Zeit, oder? Oder ihr könnt dann heute Abend schon anfangen auf die Suche nach dem Rohr, und nach dem Werkzeug. Und dann habt ihr morgen etwas, was ihr vielleicht den ganzen Tag zu tun habt dran. Super! Also! Und dann... Wenn man nachher etwas... geschafft hat. Beim Wascheln, oder beim Spielen, oder... Etwas, wo man denkt, oh cool! So schön! Dann hat man Freude, oder? Und darum... Dann nehmen wir uns gerade... Bevor wir Flickflack spielen, und dann Geschicht zu hören von Adrian. Dann nehmen wir noch einmal ein Lied. Und zwar... Dann sind wir auch schon gesungen... Eh... Freude? Freude? Genau! Freude euch! Ich gehe da wieder zum Piano. Das fängt immer so mit den Tönen hier an. Ja... Und nachher? Können wir gleich loslegen. Viele kennen das schon, eh? Freude euch! Freude euch! Über Gott! Es ist nämlich so, dass er für uns nur das Beste will! Freude euch! Freude euch! Über Gott! Fröhle euch! Für uns alle nur das Beste will! Fröhle euch! Fröhle euch! Fröhle euch! Singen wir Töne! Erdeschön! Laut und mit Hauern! Snidig und fein! Singen wir gross und klein! Ich sage es gerade nochmal und immer wieder Sägenis! Genau! Jetzt müsst ihr wieder aufstehen! Sorry! Da aus dem Sofa rauskommen! Aufstehen! Und... Wisst ihr noch, wie es geht? Freude euch! Freude euch! Über Gott! Mit den Armen so im Himmel zu zeigen! Es ist nämlich so, dass er für uns nur... Logisch, eh? Daumen hoch! Das Beste will! Freude euch! Freude euch! Über Gott! Es ist nämlich so, dass er für uns nur das Beste will! Das kann man noch mit beiden Fingern zeigen! Freude euch! Freude euch! Über Gott! Weil er für uns alle nur das Beste will! Noch einmal! Freude euch! Freude euch! Über Gott! Es ist nämlich so, dass er für uns nur das Beste will! Freude euch! Freude euch! Über Gott! Weil er für uns alle nur das Beste will! Wettig und Focki! Rölech und Focki! Singen wir die Töne! Märde schön! Laut! Und mit Kalle! Seidig und Freude! Singen wir gross und klein! Ja genau! Gross und klein! Dann haben wir noch ein Zabel! Und dann noch den Töufsturm! Ich sage es gerade noch mal und immer wieder sagen es! Ich sage es gerade noch mal und immer wieder sagen es! I sage es gerade noch mal und immer wieder sagen es! I sage es gerade noch mal und immer wieder sagen es! Ich sage es gerade noch mal und immer wieder Sägenis. Ich sage es gerade noch mal und immer wieder Sägenis. Können wir dir auch so jetzt schnaufen? Hey, fast nicht mehr. Ich sage es gerade noch mal und immer wieder Sägenis. Jetzt singen wir. Ganz fein und ganz schön. Oh, ich komme jetzt um das Kultus noch her. Freut mich, freut euch über Gott. Es ist nämlich so, dass ihr für uns nur das Beste habt. Freut euch, freut euch über Gott. Lär für uns alle nur das Beste wohnen. Wisst ihr was das mit dem Freuen, sich über Gott freuen, das habe ich im Fall nicht selber gefunden. Das habe ich in der Bibel gelesen. Vor ganz langer Zeit hat das schon der Paulus gecheckert. Dass das wirklich ein toller Grund ist. Gott will das Beste für uns. Und manchmal müssen wir uns das nur noch mal sagen. Es ist wirklich so. Wir können uns darüber freuen. Gott will für uns das Beste. So, jetzt. Was ist jetzt dran? Ja klar. Logisch. Darum heisst es Flickflack-Geschichtenwoche. Schauen wir mal, ob mein Flickflack ist bereit. Genau. So. Gestern mussten wir es ziemlich verdienen. Für die, die jetzt vielleicht das erste Mal schauen. Flickflack, Flickflack. Darum sage ich dem Flickflack. Die sagen dem vielleicht Schnippschnapp. Das könnte schon sein. Es ist eigentlich das Gleiche. Jetzt brauche ich die allerbeste Zahl. Was sagst du mir? Die beste Zahl? Ok, genau. 9. Also. Zählen wir gleich alle auf 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und? Du darfst mal die Farbe wünschen. Blau, oder? Ist es blau gewesen? Ja, genau. Das habe ich gerade nicht richtig gesehen. Blau. Ah, das passt zur Farbe Blau. Wenn der See so blau ist. Wenn der Himmel nämlich blau ist, dann spiegelt sich das im See so spiegelt. Dann ist es so schön blau im See. Und da drauf steht, wir machen eine Welle. Eine Welle, ja genau. Also wenn es der im See Welle macht, dann ist dann vielleicht ein Sturm. Der ist dann nicht mehr blau. Aber eine Welle, die machen wir so. Machen wir alle. Oh, 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 oh! Super, komm, wir machen gleich eine. Und dann so ein bisschen nachwellelele. Oh, 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 oh. Vielleicht weil es ein Goal gegeben hat. Oder irgendwie die Besten gewonnen haben. Nein, eine Welle. Ja, einfach eine Welle. Weil wir schliesslich mal in Geschichte hören wollen. Aber hinter dem Blauen war die Geschichte nicht gewesen. Also 9 war zwar eine gute Zahl aber nicht die für die Geschichte. Wer hat eine Zahl? Nein, ich glaube es ja nicht. 10.000? Okay, dann zählen wir. 1, 2, 3, 4, geht aber in dem Fall lang. 5, 6, 7, 8, 9. Das ist etwas zu hoch. Hat er eine Idee, wie wir etwas schneller auf 10.000 kommen? Was? Also einfach schnell zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13... Das geht gleich lang. Bessere Idee noch? Ah! Grosse Schritte. Nein, mit den Zahlen. Tausende Schritte, genau. Wir zählen die, die sich nicht auskennen mit grossen Zahlen. Wir zählen einfach. Jetzt muss ich mich konzentrieren. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Ja, jetzt haben wir es schon geschafft. Es ist jetzt aber schnell gegangen. Aber so 10.000. Und? Ja, ja. Die Farbe, die aussehen wie mein Hemmchen. Schön rot, gell? Genau, ihr habt es gemerkt. Mal schauen. Mal schauen, ob Adrian bereit ist. Mal schauen, ob Adrian bereit ist. Ja. Aber wisst ihr was? Es geht mal kurz. Es geht mal kurz. Es sind die Eltern auch hier. Sonst rufen sie mal schnell. Ich habe schon gemerkt, wisst ihr was? Wenn Adrian Geschichten erzählt, dann finden das die Eltern schon cooler oder nicht cooler als die Kinder. Und äh, wenn ihr sie nicht verpassen wollt, Eltern, Mutter, Vater, Gotti, Götti, dann wisst ihr jetzt komm. Ähm. Gellekindes ist ja meistens so. Also, Geschichten werden ja immer nur den Kindern erzählt. Aber den Erwachsenen erzählt sich nie über eine Geschichte. Die ist jetzt eben, Sarah hat sie am Anfang schon gesagt, Flickflack ist für Gross und Kleine, für Jung oder schon ein bisschen älter. Also, seid ihr bereit? Alle? Spitzen, die Ohren. Adrian ist mit ihrer Geschichte auch bereit. Und zwar, herzlich willkommen Gross und Kleine, Jung und Alt. Und ich erzähle euch herzlich gerne die Geschichte vom Seppi Muff. Kennst du sie nicht? Ich erzähle gerne. Weil der Seppi Muff, das kann manchmal ein richtiger Muff sein. Stellt euch vor, seid doch der letzte zum Lehrer Reis. Herr Lehrer Reis, Sie hätten mir dann schon ein 6 plus geben können. Schliesslich habe ich beim Rechnungstest auch noch die Zusatzaufgaben richtig beantwortet. Und das wäre doch mindestens ein 6 plus Wert gewesen. Du musst dir mal vorstellen, wie das wirkt. Adrian hat nur den Kopf geschüttelt. Einer hat sogar ein wenig genuschelt. Hey, hat der eigentlich ein wenig einen am Wecken? Aber so ist das manchmal mit denen, die so blitzgescheit sind. Die wirken manchmal einfach ein wenig richtig müffelig. So fast ein wenig besser äusserisch. Ja. Andere haben im Fall noch zwei Rechnungen angebessert. Und sind zum Lehrer Reis gegangen. Und haben tatsächlich gemeint, er würde noch eine bessere Note schreiben. Ja, ja. Ja, ja. Aber der Mufti hat dann noch so in sich hineingerollt. Und es war schon fast etwas traurig, als er sah, wie sein Freund, Leo Sturm, einen Zweier zurückgekommen hat. So ist er eben auch unsere Müftfeuer. Ja. Aber dann ist er an dem Freitagnachmittag schon wieder zu Hause hinter seinen Büchern geschlossen. Weil es hat ihn eben eine andere Frage interessiert. Es hat ihn nämlich interessiert, ob man dem Jesus auch vertrauen kann. Und darum hat er seine Professorenbrille angelegt und die Bibel für ihn genommen. Er hat er innen rumgeschneukert. Ja, nicht nur rumgeschneukert. Er hat im Fall gelesen, dass es im Fall geraucht hat. Ganz ruhig ist es gewesen. Und gelesen hat er. Und gedacht hat er. Und gelesen hat er. Dann hat er auch noch Fachbücher für ihn genommen. Hat er lesen. Hat er gedacht. Ist still gewesen. Hat sich entspannt. Hat der Wind durch seine Ohren fallen lassen. Und auf einmal hat er gemeint. Hm. Der Jesus will uns zeigen, wie Gott ist. Und Gott ist in allem der Erste, der gibt. Wenn also Jesus jemandem Brot gibt. Wenn er jemandem die Heilung gibt. Wenn er jemandem die Vergebung gibt. Dann zeigt uns Jesus eigentlich, dass Gott gut ist. Und dass er immer als Erster das Leben gibt. Und dass es Gott in allem ums Leben geht. Und dann kann jeder, der ihn empfangen hat. Ganz frei entscheiden, wie er mit dem, was er erhalten hat. Werte umgehen. Ob er es für sich behalten will. Oder ob er das, was er hat, auch irgendwie geben will. Denkt da, unser Müffeli. Tja, wenn das so ist. Dann mache ich mich auf den Weg. Und so ist er zu seinem Freund, einem Stürmi gegangen. Und hat gesagt, hey Stürmi. Rechnen beginnt im Fall hier. Von ganz langsam an. Eins und eins gibt zwei. Zwei und zwei gibt vier. Vier mal vier gibt sechzehn. Sechzehn durch vier gibt... Vier. 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 Vier minus zwei gibt... Zwei. Zwei. Zwei und acht gibt... Zehn. Zehn mal zehn gibt... Wunderbar. Und auf einmal sagt einer... Sechs mal sechs ist sechse dreissig. Du musst nehmen, was Kätzli schiesst. Kätzli schiesst ein Böle. Und du musst ein Schöle. Stürmi sagt er... Ist jetzt das rhythmisch gsi? Ist jetzt das ein Fersli gsi? Oder ist jetzt das ein Mensch schon frech gsi? Ha! Vor allem habe ich das von der Grossmutter gelernt. Und die Stürmi sagt... Hör, Müffeli! Freundlich sein... Das fängt im Kopf an. Tue doch einmal... Ein bisschen lächeln... Statt immer nur die Zähne zeigen. Tue ihnen alles freundlich anschauen. Tue ihnen ein bisschen schwiegen. Tue ihnen mal wieder jemandem Danke sagen. Mach wieder einmal jemandem ein Kompliment. Du hast eine schöne Frisur. Wie hast du jetzt eine schöne Ansage gemacht? Christoph, deine Lieder. Mich beschwingt das immer so. Ich singe so gerne mit. Obwohl ich überhaupt nicht Noten lesen kann. Und auf einmal... Man weiss gar nicht wie. Macht es einem einfach Freude. Und auf einmal... Ich kann euch sagen... Hat am Stürmi sein Noten schnitt. Der ist hochgestürmt. Noten für Noten. Und der Lehrer Rees... Der hat im Fall am Seppi Muf... Auf einmal Seppi Fröhlicher gesagt. Und der Seppi Muf... Hat auf einmal gewusst... Dass er Gott in allem vertrauen kann. Weil Gott ist ein Guten. Er schenkt uns in allem... Immer und immer wieder... Neues Leben. Und morgen gibt es eine neue Geschichte. So, Dali. Also, wollen wir das noch nehmen? Das war eine coole Geschichte. Echt. Ich habe auch eine schöne Frisur. Unbedingt. Ich habe nicht so viele Haare. Genau. Was macht der Reiz? Es ist einfach. Ein bisschen einfach halt. Ja, wenn man nicht so schauen muss. Ein bisschen Frisur. Also, ich nehme noch meine Melodikale. Das heisst... Ich sage aber, das ist mein Klavier. Und man noch in den Hosen-Sack nehmen kann. Wenn man gerade so will. Das ist dann auch noch geäbig. Also... Aber jetzt nehme ich es natürlich nicht in den Hosen-Sack. Sondern... Jetzt nehme ich es einfach neu. Und dann zeige ich euch auch mal, welches Lied ich noch mit euch singe. Und mit euch. Sack. Bähdisch-Full mit Farben. Bähdisch-Full-Mit-Lachen. Bähdisch-Full-Mit-Freude. Und mit dem Bähdisch-Full-Mit-Freude. Und mit tausend coolen Sachen. Plätsch voll mit Stimmen, plätsch voll mit Singen und plätsch voll mit Leuten, die das Lied leh klingen lassen und der Grund, warum das so ist, ist, wie du Gattinis bist jetzt kommt noch ein Teil für den Möflchen, eh? Fertig gelallet, fertig geliefert, fertig rennet, fertig gestiert Fertig shoppen, fertig trotzen, fertig kühlen, fertig motzen weil der Abend ist, ist natürlich am Morgen auch so, oder am Nachmittag, oder so, hey? Plätsch voll mit Armen, plätsch voll mit Lachen und plätsch voll mit Freude und mit tausend coolen Sachen Plätsch voll mit Stimmen, plätsch voll mit Singen und plätsch voll mit Leuten, die das Lied leh klingen Der kommt nun nicht. Es ist noch nicht fertig. Es kommt noch ein Lied, aber, hey, kommt noch das Lied? Das war die beste. Ich fand es echt gut. So schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Hier muss ich schauen, genau. Und morgen gibt es die nächste Geschichte. Wir singen wieder Lieder. Und jetzt gibt es noch ein paar Sachen, die wichtig sind, dass wir das auch wissen. Und darum, Sarah, du weisst, was das ist, gell? Bisse gut. Ja, genau. Die schlechte Nachricht, die halbe Stunde ist schon durch. Aber die gute, morgen sind wir wieder hier und dir hoffentlich auch. Für alle, die unsere beste Halbstunde von gestern verpasst haben, die ist jetzt am genau gleichen Ort wie das hochgeladen. Das dürft ihr sehr gerne nachschauen. Entweder heute noch, oder morgen, oder bald. Wie ihr wollt. Und, wie ich auch schon gesagt habe, es gibt jeden Tag auf unserer Webseite der Kirche Niederbib eine Bastelidee für eure Kinder. Da könnt ihr euch kreativ betätigen. Natürlich nebst dem, was ihr heute vom Christoph noch als Idee mitbekommen habt. Ja, und dann wünsche ich euch eben schon wieder eine gute Nacht. Schlafen gut. Wir singen noch ein Gute Nacht. Ja, da gibt ja das morgen ziemlich viel zu tun, mit den Bastelideen. Mit dem, was ich euch gezeigt habe, mit dem Kassou, habe ich euch getan. Ich kann es euch noch mal zeigen. Ich finde das gerade nicht mehr, aber ihr habt es sicher noch vor Augen. Und ja, wir singen noch zusammen ein Segensliedes. Dass wir gehütet sein dürfen. Das finde ich immer etwas Schönes. Egal wo wir hingehen. Egal wo wir sein. Egal zu welcher Zeit. Kein Tag soll es geben, wo du sagst. Ich bin ganz allein. Kein Tag soll es geben, wo du fragst. Wo bin ich daheim? Kein Tag soll es geben, wo du meinst. Niemand hört mir zu. Gott ist immer nach bei uns. Bei ihm finden wir Ruhe. Sie sagen. Sie sagen. Begleitet mich. Ich bin beschützt. Sie sagen. Ich bin wie ein Helfer, der mich stützt. Sie sagen. Das ist die starke Hand, wo ich mich darf dran haben. Und so ganz sicher bin. Schön, oder? Okay, jetzt wünsche ich euch. Wo ihr seid. Wo ihr hingeht. Geht raus. Oder wohnt. Irgendwo gerade vor dem Mittag. Einfach. Macht's gut. Seid gehütet. Seid gesegnet. Tschüss. Werft. Ryan Satt. Vielen Dank.